Hier war mein Zuhause, hier war mein ganzes Guthaben, mein ganzes Guthaben. Ich fuhr nirgendwo hin während des ganzen Krieges. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte ich es nicht gesagt. Ich werde bestimmt nicht lügen, das wäre eine Sünde für mich. Mohammed Kabir, Bewohner des Kabul, 106 Jahre alt, Hauptgärtner des letzten afghanischen Königs Mohammed Zahir Shah, war Zeuge des Amin-Schlosses-Sturms. Während des Krieges hatte er sowjetische Truppen aktiv unterstützt auf dem Flughafen Bagram. Nach der Ausführung der sowjetischen 40. Armee wurde er gefoltert und zusammengeschlagen von Seiten der Mujahedins, dann von Taliban. Ich war hier im Gebetshaus, als die sowjetischen Panzer kamen. Wir dachten alle, dass Amin die Russen herangeholt hat. Doch die Russen waren auf unserer Seite, sie haben den Amin eingenommen, der konnte sie gar nicht mehr rühren. Die erste Kugel im Kampf für das Schloss von Amin hat Tursulan schon bereits im BTR auf dem Weg zum Schloss eingeschnappt. Sie schlug komplett durch seinen Helm durch und hat aber den Kopf nicht berührt. Die zweite Kugel hat er direkt auf dieser Treppe gekriegt. Die Schutzwesten hatten die Muslimen-Bataillons an die anderen abgegeben und gingen nur in normaler afghanischer Kleidung. So, dass er wieder nur einmal Glück hatte. Die Kugel geriet in ein zweites Ersatzmagazin. Die Magazine hatten wir in unserer normalen Kleidung, in afghanischer Kleidung. Ich hatte dieses Magazin lange Zeit aufbewahrt. Der Schmerz war stark, aber nichts wurde durchschlagen und ich war nicht verletzt. Der Tod war sehr nah. Und in diesem Moment wusste Russland Tursumkulow nicht mal für was er sterben könnte. Die konkrete Aufgabe Amin-Beseitigung wurde erst vor den Kämpfern der Spezialeinheit KGB gestellt. Alles davor war ein richtiges Theater. Sowjetische muslimische Bataillon bewacht den Diktator Amin. Die Panzerschützen fahren um das Schloss herum und machen endlose Übungen, damit die Afghanen sich daran gewöhnen können. Die russischen Ingenieure sind verantwortlich für Funkverbindung, Telefonverbindung und Elektrizität. Es herrscht völliges Vertrauen. Plötzlich explodiert die Schacht mit der ganzen Verbindung des Schlosses. Mit der Regierungsverbindung. Das ist ein Signal. Zwei rote Raketen gehen hoch. Plötzlich beginnt der Sturm. Das Mythos darum, dass die sowjetische Armee nur frontal angreifen kann und nur durch Übermacht gewinnen kann, ist natürlich ein totaler Schwachsinn angesichts des Sturms des Schlosses in Kabul. Die ganze Operation wurde durch Hinterlist aufgebaut. Und das hätten sogar die Afghanen nicht von sowjetischen Kriegern erwartet. Das ist noch dabei, dass der Sturm erst Plan B war. Plan A war noch hinterlistiger. Das war auf die östliche Art geplant. Den östlichen Diktator wollte man auf die östliche Art vergiften. Die ganze Operation wurde mit verschiedenen Formen erarbeitet. Vyacheslav Nikrasov, Historiker des Afghanistan-Krieges, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, verantwortlicher Sekretär der Gruppe der Föderationsrates mit der Nationalversammlung Afghanistan, spezieller Vertreter der afghanischen russischen Rates. 1982 bis 1984 Berater der Jugendfragen in der Provinz Faryeb, Kavalier der Orden Ehre und Freundschaft und hatte 54 Dienstreisen nach Afghanistan. Im Falle der Übertragung der Residenz des Präsidenten in dieses Schloss wurde ein Empfang angesetzt. Es waren Köche, das waren natürlich alles unsere Leute, Dietologen. Und einer unserer Dietologen hat den Gift beigemischt. Die Wache hat in Panik in sowjetische Botschaft angerufen und extra von der Botschaft gekommener Doktor, der wusste seine Sache ganz gut und hat natürlich seine ärztliche Pflicht richtig ausgeführt und hat den Präsidenten von Afghanistan gerettet. Er wusste nichts von der KGB-Operation. Amin wurde gerettet. Jetzt wurde der Sturm unaufhaltbar. Rustam Tursunkulow wusste von dem Ganzen nichts. Er sagte nur dann nach dem Sturm, dass Amin an die Tröpfler angeschlossen war. Wir haben ihn von Fernen gesehen, von Weitem. Man sagte uns, dass dieser Mensch, der drin liegt, mit den ganzen Spritzen, das ist der Amin. Und dann sagte man uns, dass es unsere Aufgabe war, ihn zu zerstören, ihn zu vernichten. Warum hat denn sowjetische Regierung den Mord von Amin befolgen, der angeblich Sozialismus bauen wollte? Bestimmt nicht deswegen, dass sie darum Amins Gegner gebeten hatte, anderer Marxist, Babrak Karmal. Warum? Bereits während des Sturms des Palastes wurde bereits eine 70.000 Mann starke Armee nach Afghanistan eingeführt. Als man trotzdem vorher die Hilfe verweigert hat, den afghanischen Präsidenten Amin durch die Armee. Die Antwort liegt im AMB, dem Archiv der Nationalen Sicherheit in Washington. Hier hängt auf einem Ehrenplatz auf der Wand wie ein Diplom ein geheimer Dokument von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das ist Protokoll des Politbüros, auf dem die Einführung der Truppen nach Afghanistan entschieden wurde. Die Sitzung war so geheim, dass sogar die Stenografenrolle niemand anders als der zukünftige Anführer von Sowjetunion Konstantin Chernenko ausführte. Seine Handschrift und seine Unterschrift hier in der Nähe unterschrieben alle Nächsten von Brezhnev. Andropov Ustinus Gromyko Suslov. Im Zentralkomitee der Partei war der letzte Tropfen, im Zentralkomitee der Sowjetischen Union sagte man, dass der letzte Tropfen war der Mord am vorigen Anführer des Afghanistan. Der Freund des sowjetischen Volkes und Liebling von Brezhnev, Nurmuhamed Taraki. Nach Amins Befehl wurde er im Schlaf mit dem Kissen erdrosselt. Natürlich ist es besser im Kampf zu sterben, als in der Nacht mit einem Kissen erdrosselt zu werden. Und Amin hat das verdeckt, als man trotzdem das in Erfahrung gebracht hat und das dem Brezhnev berichtet hatte, ist Brezhnev, der als sehr zurückhaltender Mensch galt, hat er solche Worte von sich fallen lassen, so ein Peak der negativen Emotionen, so ein Gipfel. Diese Emotionen, die hatten auch auf die Mitglieder des Politbüro gewirkt. Die Emotionen haben natürlich geholfen, die Entscheidung über die Einführung der Truppen nach Afghanistan mitgeholfen. Doch der reale Grund in diesen Tagen war viel ernster. Der NATO-Rat hat damals die Entscheidung getroffen, in Europa die neuesten Raketen Pershing 2 und Omaha zu platzieren. Das war zu den Zeiten, als die Sowjetunion nur eine Atomparität zu den USA erreicht hatte. Beide Seiten wollten einen Entspannungskurs einschlagen. Und jetzt wird diese Parität durch die amerikanischen Pershing-Raketen in Deutschland und sogar Türkei gebrochen. Und 1979 in Iran, die Islamische Revolution, der Präsident der USA, Qarta, wollte jeden Moment die Truppen nach Iran einführen. Saudi-Arabien fordert von Washington entscheidende Taten, entscheidende Aktionen. Und nicht nur einfach einen Bürgerkrieg in Afghanistan zu entzünden. Die Truppen sollen auch dahin einmarschieren. Die Amerikaner hatten schon lange die Pläne ausgetragen, ihre Truppen hier einzuführen. Denn das ist die Kreuzung im Osten. Wer hier ist, der steuert viele Prozesse. Auch den Seidenweg und den Ausgang zu den warmen Seemeeren. Hier kann man auch China und Pakistan bedrohen und Iran und Jemen. Indem man sich hier befindet, kann man viele Aktionen im Osten beeinflussen. Genau in dieser Zeit, in der unteren Bauchregion des sowjetischen Mittleren Asiens, kommt in Afghanistan an die Macht Hafizullah Amin. Im KGB ist er schon bekannt, dass der ein Sohn eines Leiters ein ethnischer Pushtun ist, Pushtun Gilzai, und beendete ein Kolumbi, ein Universität in Kolumbien. Und er kam nach New York als ein überzeugter Nationalist und kam zurück nach Kabul als ein Marxist. Natürlich wurde vermutet, dass er durch CIA bearbeitet wurde und anbeworben. Und dass seine ganze gezeigte Liebe zu sowjetischem Modell ist nur seine Mission. Und natürlich wird Amin auch zeitlich dann aus der demokratischen Partei ausgeschlossen, temporär für faschistische Ansichten. Und nach dem Tore findet man in seinem Notizbuch das Telefon eines CIA-Agenten-Verbindungsmannes in Indien. Das heißt, die Taktik von Washington war bekannt, wenn Moskau Sozialismus exportiert, indem sie Geld in Wirtschaft der Verbündeten pumpt, zieht Washington dort oder kauft dort Agenten. Brzezinski wird später angeben. Wir haben nicht die Russen provoziert, ihre Truppen nach Afghanistan einzuführen. Aber wir haben bewusst die Chancen erhöht, dass sie das tun werden. Man musste nur ein Mittel finden, das für Vietnam bezahlen zu lassen. Es ist klar, dass nach diesem Beschluss für die Einführung der Truppen nach Afghanistan, dieser Beschluss zum Objekt des Nationalstolzes der CIA und der USA wird. Eine andere Sache ist, wie kam dieses hochgeheime Dokument zu den Amerikanern? Aber dazu etwas später. Es gibt in Washington einen etwas unauffälligen Platz. Von hier ist es gleich weit zum Weißen Haus und zum Capitol und zum Office der CIA. Die einen und die anderen treffen sich seit 40 Jahren bei einer Tasse Kaffee oder bei einem Glas Whisky hier in diesem Café und in diesem Bar und entscheiden Fragen des Krieges oder des Friedens. Genau hierher haben wir gebeten zu kommen, einen Menschen, der den Befehl erhalten hat, den Gang der ganzen sowjetisch-afghanischen Operation Verlauf zu brechen. Norton Burden, der Anführer der CIA in Afghanistan. Hallo Andrey. Okay. Okay, Neil. Vielen Dank.